hey leute was geht herzlich willkommen hier zurück bei maishish wir haben heute mal wieder neuen tabak für euch auf meinem kanal und wir reden heute auch gar nicht lange drum rum es geht um den x racher ding dang x racher ding dang ist drachen frucht und kaugummi sehr wilde mischung wie ich finde weil kaugummi im tabak mag ich allgemein sehr also ich habe den alten babbeln siaka von ukain zum beispiel sehr gefeiert der neue gefällt mir jetzt nicht mehr so und ja aber wenn kaugummi tabak nach diesen richtig schönen kinder kaugummis schmeckt dann feiere ich den auf jeden fall drachen frucht wie ich finde ist immer eine sehr nice sache im tabak durch diese bitter herbe note die eine drachen frucht halt einfach mit sich bringt und ich denke das könnte in verbindung mit diesem kaugummi im ding dang eine sehr sehr schöne mischung ergeben aber kommen wir doch erstmal zu den grunddaten von tabak das ganze kostet 16 euro 90 für gewohnte 200 gramm extra ist wie immer hergestellt von michael vandenberg also könnt ihr hier auch sehr gute qualität erwarten zum schnitt und zur feuchtigkeit ich blende euch hier mal ein bild an der stelle ein da könnt ihr das ganze selber mal angucken wie ich finde ein sehr sehr schöner schnitt mir gefällt der schnitt von extra immer sehr sehr gut weil das halt ein sehr feiner schnitt ist keine ästchen ja das spricht halt auch für die qualität von extra beziehungsweise von vandenberg allgemein ich mag es ja sowieso wenn es feiner geschnitten ist da trifft er hier genau bei mir auf punkt molasse ist auf jeden fall absolut keine keine überschüssige vorhanden ja der tabak ist genau on point so dann kommen wir jetzt aber zum geruch und geruchlich muss ich auf jeden fall sagen ihr habt im vordergrund ganz ganz stark diese drachenfrucht ja dieses dieses bitterlich herbe von dieser drachenfrucht halt riecht trotzdem sehr sehr fruchtig und dann kommt auf jeden fall im hintergrund sehr prägnant also im abgang beim riechen quasi riecht ihr dann nur noch kaum also da sehr sehr prägnant auf jeden fall der kaum hier drin so dann habe ich euch soweit alles zum tabak erzählt ich würde sagen ich blende euch jetzt hier mal ein bild vom kopfbau ein ja ich habe mich einfach dazu entschlossen dass ich das euch nicht mehr im schnelldurchlauf zeige weil ich habe gemerkt die meisten skippen das eweck ihr wisst ja mittlerweile wie ich meine köpfe baue hier ich blende euch jetzt nur kurz hier ein bild ein auf noppenkontakt heute im ath trawerten mal auf noppenkontakt gebaut also ungefähr rand hoch also bis zu dieser lippe vom trawerten smokebox drauf drei kohlen ja und das war es dann auch schon wieder der tabak muss ich von weg sagt geht sehr sehr so sehr sehr leicht zu bauen sehr sehr gut zu bauen dadurch dass dieser schnitt so fein ist so wie ich höre ist das ganze hier schon gut am kochen also würde ich sagen wir nehmen jetzt hier mal den ersten zug vom extra ding dann ja da ist auf jeden fall da ja und zur rauchentwicklung brauche ich glaube ich nicht viel sagen die ist auf jeden fall vorhanden und absolut on point ja das den qualmt wie hulle und da merkt man mal wieder dass wenn die molasse in dem tabak ordentlich eingezogen ist braucht es gar nicht so viel molasse wie bei anderen herstellern wo der tabak richtig schwimmt ja so wie extra und das hier macht absolut on point perfekt eingezogen und auch trotzdem wie hulle ist es absolut nicht zu trocken wie ist das ganze jetzt geschmacklich auf jeden fall ist der tabak vordergründig herb ja also dieses herb bitter von der drachenfrucht was man halt ja aus als drachenfrucht so kennt schmeckt ein bisschen ähnlich zum almasiva bruderherz was ja auch eine drachenfrucht ist den nämlich übrigens sehr gern zu mischen ja so naja so eine leichte bitteren note ist halt auf jeden fall vorhanden und dann habt ihr auf jeden fall im abgang wieder eine kaugummi note die finde ich ihresgleichen sucht ja das ist wirklich eine sehr sehr authentische kaugummi note jetzt nicht unbedingt wie von diesen rosa kinder kaugummi ist also nicht unbedingt wie der alte bad blanziaga von hukain sondern wirklich so ich weiß nicht kennt ihr vielleicht diese gelben juicy fruit kaugummi ist die nach ein paar minuten ihren geschmack verlieren das ist bei dem tabak übrigens nicht so ja so diese kaugummi note ohne die frucht note würde ich das beschreiben im abgang also ihr habt quasi vordergründig eine ziemlich bitter herbe note die aber nicht stört also dies nicht auftrinkt nicht dies genau richtig und ja dann einfach im abgang eine schöne süße kaugummi note halt die das ganze sehr schön abrundet und die den tag die dem tabak halt in sehr ausgewogenen geschmack aus aus bitter also nur diese einrichtung und aus süß dieser anderen richtung gibt es ist kein übersüßter tabak was ich sehr sehr feier weil viele tabake sind ja einfach viel zu süß und übersüßt das ist ja auf jeden fall nicht so das ist eine super geile mischung aus beiden und alles in allem ist das einfach also der hat sich wirklich zu dem tabak gemausert denn ich persönlich sehr sehr feier weil der halt eine sehr authentische kaugummi note hat und halt dieses bittere mit diesem süßen sehr gut zusammenspielt der tabak drückt auch nicht und er kratzt absolut nicht also ihr könnt ihm auch richtig hitze geben das verträgt er auf jedem fall das ist absolut kein problem der geschmack lässt auch absolut nicht nach also die ganze session über habt ihr gewohnt intensiven x racher geschmack quasi und von daher von mir eine top bewertung super geiler tabak rauche ich sehr sehr gerne und dann war es auch schon wieder mit dem video ich freue mich auf jeden fall dass ihr eingeschaltet habt würde mich über einen like freuen lasst gerne ein abo da und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal hier bei maishish bis zum nächsten mal hier bei maishish bis zum nächsten mal hier bei maishish